Herzlich Willkommen zu den PBE Patch Notes. Das neue Assassin Item, welches ich ja bereits in einem früheren Video angekündigt hatte, ist nun auf dem PBE. Also werfen wir nochmal einen Blick darauf. Das Blade of Dracthar nennt sich das gute Stück und gewährt euch für 3.250 Gold, 75 AD, 5% Movement Speed, einmalig 10 Armor Pen und als einmalig passive Nightfall. Diese passive ist quasi eine kleine Z-Ultie. Zwei Sekunden nach eurem ersten Angriff verursacht das Item 90 plus 25% der fehlenden Leben des Ziels als physischen Schaden. Dieser Effekt hat eine Abklingzeit von 2 Minuten. Diese wird allerdings erstattet, wenn das Ziel stirbt, bevor der Effekt ausgelöst wird. Bald könnt ihr euch also auf Zs mit 2 Ults freuen. Äh, vor Rengas müsst ihr keine Angst haben, die töten euch ja für bekanntlich in unter 2 Sekunden. Äh, ja, schreibt mir gerne nochmal, was ihr jetzt davon haltet. Äh, ansonsten war's das von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.